Wie ich sehe, haben Sie eine Anfrage zur League of Assassins in den Bettcomputer eingespeist. Oh, und weitere Ausrüstung angefordert. Haben Sie schon über einen größeren Gürtel nachgedacht? Hab ich. Zu schwer. Macht nicht langsam. Sag Bescheid, wenn's hier ist. Kann mich jemand hören? Komm! Ich höre dich. Hier herrscht völliges Chaos. Der Boss ist weg. Was? Wo ist Pinguin? Keine Ahnung. Er sagte noch, Batman kommt in meine Sammlung. Dann war er plötzlich weg. Zack! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, dass er tot ist? Hat Batman ihn umgelegt? Warst du nochmal im Museum? Das Museum ist abgeringelt. Da haben jetzt diese Drecksbullen das Sagen. Wir hätten sie abknallen sollen. Und wie lautet der Plan? Verschlägt dich. Wenn Jokos Jungs siehst, leg sie um. Hat er sich schon irgendwie gemeldet? Pinguin? Der hält sich bedeckt. Das ist schlecht. Hat er vorher noch nie gemacht, oder? Nein. Soll mir aber recht sein. Ich hasse es, wenn ich gerade versuche, irgendeinen Spinner umzulegen und seine Quäkstimme in meinem Ohr höre. Tönt mich ab. Ja, ich weiß, was du meinst. Hab ich dir schon erzählt, wie er mich mal auf Joker angesetzt hat? Nein. Wahre Geschichte. Ich saß auf einem dieser hohen Gebäude in der Nähe von Silas und zielte mit einer Knarre durchs Fenster. Ich konnte Joker sehen und ich konnte sehen, was für Sachen Quinn für ihn tun musste. Aha. Zum Beispiel? Du willst es nicht wissen. Auf jeden Fall hat er geschlagene zwei Tage auf mich eingelabert. Was macht er jetzt? Wer ist bei ihm? Irgend so ein Blödsinn. Die ganze Zeit dachte ich nur, halt deine verdammte Fresse, kleiner Mann. Sonst mache ich Kehrt und jage dir auch eine Kugel in den Reib. Sei leise, Mann. Wenn er dich so hören könnte, würde er... Würde er was? Was will er machen? Hab gehört, dass Batman hierher kommt. Entweder hat Batman ihn aufgehalten oder er Batman umgelegt. Was auch passiert ist, der belauscht uns nicht mehr. Hey, nee nicht. Sollten wir nicht was unternehmen? Was schlägst du vor? Ich weiß nicht. Das hier ist doch totaler Irrsinn. Erst marschiert Batman ins Museum, dann hören wir nichts mehr von Pinguin und jetzt das. Ah, Dent hat vielleicht Nerven, seine Jungs hier runter zu schicken. Ich dachte, der Kerl sei ohnehin auf der Flucht. Hat Batman ihm nicht den Arsch versohlt? Oder Catwoman? Mann, hier könnte es echt jeder gewesen sein. Angeblich wurde Crazy Quilt in der Nähe vom Gericht gesehen. Im Ernst? Das erzählen sich alle. Noch nie im Leben hat sein billiger Arschloch-Schurke wie Quilt ein Vident fertig gemacht. Das war Batman. Ich hab gehört, wie ein paar von seinen Leuten darüber geredet haben. Es klang total irre. Anscheinend ist Batman da aufgetaucht und hat erstmal locker aus dem Handgelenk 30 von den Jungs zu Brei geschlagen. Es ist die blöde Fledermaus. Es dauert nicht lang. Wir machen's. Du hattest recht. Es ist Batman. Zwing mich nicht, dir wehzutun. Ich sag dir alles, was ich weiß. Vielen Dank. Hoffentlich hat Strange es schön warm und gemütlich in seinem Turm. Ich sag dir alles, was ich weiß. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als hier noch keine Mauer stand. War auch nicht besser. Wenn ich Bruce Wayne finde, sacke ich die Belohnung ein und kaufe mich frei. Wir sind bereit, ihn zurückzuschlagen. Diesen Peller zeigen, wer ihr das Sagen hat. Was haben diese Schwachköpfe nur? Wissen die nicht, dass das Pinguin-Gebiet ist? Vermutlich nicht. Sie werden's bald wissen. Sobald wir den Befehl kriegen, legen wir sie alle um. Ich will Blut sehen. Ich will, dass dieser Schizofreak Two-Face den Tag bereut, an dem er hergekommen ist. Ja! Später rücken wir in sein Gebiet vor. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Ich bin bereit. Ich auch. Gut. Ich versteh's nicht. Pinguin hätte sich schon längst melden müssen. Ich sag's dir. Batman hat ihn erwischt. Unmöglich. Ja, wie zum Teufel hätte Batman denn in das Museum reinkommen sollen? Die ganze Hütte ist so zu wie meine Mutter beim Abschlussball. Verdammt, was meinst du denn damit? Das willst du nicht wissen. Will ich doch. Ich auch. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Zum Beispiel sollten wir uns fragen, was wir machen, wenn Batman Pinguin erledigt hat. Wir könnten dann vielleicht deine Mutter besuchen. Du, wage es ja nicht. Glaube, da haben wir einen wunden Punkt erwischt. Was ist los? Ist deine Mami die Dorfmatratze? Nein. Ich wette doch. Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, beim Abschlussball hat sie getrunken. Hab's doch gesagt. Sie war besoffen und hat ihre Klassenkameraden umgelegt. Hat sie alle mit einem Kartoffelschälerkreis gemacht. Was? Deshalb fesseln wir sie immer, wenn irgendwelche... Batman! Es ist Batman! Vorsicht! Die Fledermaus! Versteck dich nur nach oben! Ich wusste immer schon, dass du zu feige bist, macht der Plattermann hier! Hey! Das ist Batman! Das ist Batman! Das ist Batman! Das ist doch nicht vorbei. Es wird bald zurück sein. Ja, hallo! Liddy, Pinguin! Two-Face wird kommen! Lauf! Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Du bist ein... Was ist das? Batman! In der Arbeit! Dich lieber versteckst! Batman! Es ist Batman! Wenn ich fertig bin, erkennt dich Mutti nicht wieder! Das dauert nicht, Lappen! Das dauert nicht, Lappen! Lappen! Bleib! Lappen! Bleib! Lappen! Lappen! Magnet, die Siegerung! An巧 Siegerung! Nichts, ich sch incredibly baut. Das können sie nicht nehmen. Es ist ein Jahang. Man kann es nicht direkt geben. Sonst soll ich ihn nicht! Du solltest die Musik nach! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ständig klingelt es. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.